Schön, ein bisschen mit Papier. Genau, es gibt es. Ich bin doch nicht happy. Verpasst ihr doch nicht, oder? Ich bin doch zum Spiel, nicht zum Test. Ja, das ist deine Küche. Was ist da mit? Pass auf, Strom! Ich kann versammeln das dann nachher wieder ein. Oh, nicht streiten! Wirklich nur Papierzeile da.